Die Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland statt. Fans aus der ganzen Welt werden mit ihren Teams mitfiebern. Auch das DFB-Team hat jede Menge Anhänger, die fest die Daumen drücken. Im Netz kann sich die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw, 58, auf Facebook über 6,3 Millionen Leakes, auf Instagram über 2,1 Millionen Abonnenten und auf Twitter über 3,32 Millionen Follower freuen. Doch welcher deutsche Spieler hat in den sozialen Medien die meisten Follower? Manuel Neuer, 32, vom FC Bayern München rangiert auf dem 4. Platz im Social-Media-Ranking des deutschen Teams. Der Nationaltorhüter und Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat in den sozialen Medien insgesamt über 22,5 Millionen Fans im Rücken. Auf ACP blickten bisher über 9,1 Millionen Fans auf Gefällt mir. Auf Instagram hat er 9,3 Millionen Abonnenten und auf Twitter folgen ihm derzeit 4,04 Millionen Fans. Knapp vor dem DFB-Kapitän liegt Marco Reus, 29. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund schnappt sich Platz 3 mit an die 22,8 Millionen Followern. Vor allem auf Facebook punktet er bei seinen Anhängern mit über 13,3 Millionen Gefällt mir Angaben. Auf Instagram sind es 6,5 Millionen Abonnenten und auf Twitter folgen ihm 3 Millionen Fans. Platz 2 gehört Mittelfeld-Strategie Toni Kroos, 28, von Champions League Super Real Madrid. Dem ehemaligen Spieler vom FC Bayern München folgen ihm den sozialen Medien an die 36,8 Millionen Fans. Auf ACP drückten bereits 12,28 Millionen Anhänger auf Gefällt mir. Auf Instagram sind es stolze 17,6 Millionen Abonnenten und 6,93 Millionen Fans verfolgen seine Tweets. Unangefochten an der Spitze steht Mesut Özil, 29. Trotz Erdogan-Kontroverse hat er Mittelfeldspieler vom FC Arsenal die mit Abstand meisten Follower im aktuellen WM-Kader des DFB. Auf ACP kann er über 31,45 Millionen Gefällt mir Angaben verboten. Auf Instagram haben ihn nur 16,6 Millionen Fans abonniert. Dafür folgen ihm auf Twitter 23,1 Millionen Anhänger. Das macht insgesamt über 71,1 Millionen Follower. Hut ab. Einer kann über diese Zahlen wohl nur müde lächeln. Stürmerstar Cristiano Ronaldo, 33, von Real Madrid hat allein auf Instagram 128 Millionen Abonnenten. Hinzu kommen über 122,44 Millionen Gefällt mir Angaben auf ACP sowie 73,6 Millionen Follower auf Twitter. Das sind etwas andere Dimensionen. Er nimmt mit Portugal an der WM teil. Wo steckt der Liebling der Massen? Sich wundert, warum Fanliebling Thomas Müller, 28, von den Bayern nicht in den Top 4 des DFB-Teams zu finden ist. Der Stürmer verbucht auf ACP 9,33 Millionen Gefällt mir Angaben, auf Instagram 5,4 Millionen Abonnenten und auf Twitter 4,04 Millionen Follower. Macht insgesamt nur über 18,7 Millionen Social Media Anhänger. Doch. Doch. Wer hat die Bühne gesehen? want. Schöpfenor Joe Moon. Wer hat die Bühne gesehen? Er hat die Bühne gesehen?